Wie könnte man das Rentensystem denn reformieren? Da ist in den letzten Jahren sehr, sehr viel falsch gemacht worden. Und das ist natürlich sehr schwer, von jetzt auf gleich das alles zu reformieren. Deswegen müssen wir kurzfristig, mittelfristig und langfristig an der Rente arbeiten. Wir haben nicht beitragsgedeckte, versicherungsfremde Leistungen, die ausgeglichen werden müssen. Das sind über 30 Milliarden Euro im Jahr. Wenn das aus Steuermitteln ausgeglichen wäre, dann würde es der Rentenversicherung schon viel besser gehen. Hey Leute, heute habe ich was für euch, das müsst ihr euch unbedingt anschauen. Denn Ulrike Schielke-Ziesing von der AfD enthüllt etwas Schockierendes. Die Ampel Tricks beim Bundeshaushalt und das auf ganzer Linie. Sie spricht von gefälschten Zahlen, Lügen und Milliarden, die einfach verschwinden. Besonders hart trifft es das Bürgergeld. Da wird absichtlich zu niedrig angesetzt, nur um den Haushalt irgendwie schön zu reden. Was denkt ihr, wie lange können wir uns diese Regierung noch leisten? Schaut rein. Das ist der Wahnsinn. Auf geht's. Die Regierung ist nicht in der Lage, einen Haushalt aufzustellen, der die Schuldenbremse einheilt. Deswegen wird getrickst. Und es wird eben in jedem Einzelplan getrickst. Und es wird eben auch bei den Steuereinnahmen getrickst. Also Minister Heil ist eine Position, ist ein Minister. Aber es passiert in allen anderen Ministerien auch. Hallo und herzlich willkommen. Bekanntlich macht sich die Ampel die Welt so, wie sie ihr gefällt. Aber die Frage, die inzwischen mehr als deutlich ist, lautet, wie lange kann sich Deutschland diese Regierung noch leisten? Heute spreche ich mit Ulrike Schielke-Ziesing über die Haushaltsillusionen und Fantasiezahlen im kommenden Bundeshaushalt 2025. Hallo Frau Schielke-Ziesing, schön, dass Sie da sind. Sie sind in der AfD-Fraktion für den Haushalt unter anderem für den Bereich Arbeit und Soziales zuständig. Und hier gibt es die zwei größten Posten, Rente und Bürgergeld. Ich möchte mal starten mit dem Bürgergeld. Denn trotz der steigenden Arbeitslosenzahlen rechnet die Ampel im kommenden Jahr mit weniger Bürgergeldempfängern und will dementsprechend, man munkelt, auch weniger Geld im Haushalt für Bürgergeld aufbringen. Es soll um ganze 5 Milliarden Euro gehen. Wie bewerten Sie dieses Vorgehen? Das ist nicht ganz ehrlich von der Ampel, weil das Bürgergeld gezahlt werden muss, so oder so. Die Zahlen werden so nicht runtergehen. Das ist eigentlich nur eine Augenwischerei, um den Haushalt irgendwie glatt ziehen zu können. Wir haben das ja im letzten Jahr genauso auch schon gesagt. Da hat die Ampel oder Minister Heil das ja genauso gemacht. Er hat das Bürgergeld viel zu niedrig angesetzt. Er hatte dann gesagt, der Job-Turbo wird einschlagen und es werden so viele Ukrainer in Arbeit kommen, dass er eben beim Bürgergeld einsparen kann. Es ist nicht so gekommen. Wir müssen, wir haben jetzt ja noch einen Nachtragshaushalt in der nächsten Sitzungswoche, der verabschiedet werden muss. Da wird das Bürgergeld erhöht werden für dieses Jahr, weil Minister Heil das einfach zu niedrig angesetzt hat. Das sind übrigens genau die Zahlen, die wir vorausberechnet haben. Und genau so ist es eingetroffen. Und wenn Minister Heil jetzt sagt, er wird im nächsten Jahr weniger Geld brauchen fürs Bürgergeld, weil eben noch viel mehr in Arbeit kommen werden. Nein, das wird nicht passieren. Es wird genau dasselbe passieren wie in diesem Jahr. Er wird wieder auf die mindestens 41 Milliarden Euro kommen für Bürgergeld und Kosten der Unterkunft, so wie dieses Jahr auch. Aber es ist ja eigentlich relativ schamlos von Minister Heil, wenn er letztes Jahr schon die gleiche Lüge benutzt hat, die sich dann auch wirklich als Lüge herausstellte. Wie kann man denn das noch ein zweites Mal durchziehen? Ja, wir haben noch so viele Positionen, bei denen die Ampel lügt jetzt, um den Haushalt irgendwo durchzubringen. Also Minister Heil ist ja nur eine Position in dieser gesamten Regierung, der nicht die Wahrheit spricht. Der gesamte Haushalt ist auf Unwahrheiten gebaut. Da wird beispielsweise eine globale Mehreinnahme angenommen. Das heißt, mit Gesetzen, die jetzt die Wirtschaft ankurbeln sollen, wird dann angenommen, dass wir mehr Steuereinnahmen haben werden. Von 17 Milliarden wird gesprochen, also 17 Milliarden werden angenommen. Mehr Steuereinnahmen außerdem sollen eine globale Minderausgabe auf jedem Einzeltitel des Haushaltes positioniert werden. Das heißt, es wird eigentlich den Ministern ein Budget verschafft. Es wird den Ministern aber außerdem gesagt, du darfst aber nicht so viel ausgeben, wie wir dir eigentlich geben. Also du hast einen bestimmten Prozentsatz nicht auszugeben. Guck, wo du selber sparst. Das nennt sich dann globale Minderausgabe. Die ist auch noch mal wahnsinnig hoch. Das sind auch noch mal 25 Milliarden Euro. Wenn man die Sondervermögen mit da reinzieht, sind es noch mal 14 Milliarden Euro. Also wir sind bei Zahlen von 56 Milliarden Euro, die irgendwo zusammengelogen werden. Falsche Annahmen. So kann der Haushalt eigentlich nur konsolidiert werden. Also die Regierung ist nicht in der Lage, einen Haushalt aufzustellen, der die Schuldenbremse einheilt. Deswegen wird getrickst. Und es wird eben in jedem Einzelplan getrickst. Und es wird eben auch bei den Steuereinnahmen getrickst. Also Minister Heil ist eine Position, ist ein Minister. Aber es passiert in allen anderen Ministerien auch. Kommen wir noch einmal trotzdem zum Bürgergeld zurück. Und bleiben wir bei Heil. Das Bürgergeld an sich steht ja schon sehr in der Kritik. Da sind ganz viele Schwachstellen. Das Lohnabstandsgebot ist quasi weg. Das existiert eigentlich gar nicht mehr. Und es ist generell auch sehr betrugsanfällig. Gerade auch was die Schwarzarbeit angeht. Welche Zahlen liegen Ihnen da konkret vor? Also die Schwarzarbeit ist sehr stark angestiegen in den letzten Jahren. Wenn man auf 400, also fast 500 Milliarden Euro beträgt, also wird angenommen, man weiß es ja natürlich nicht, es wird geschätzt, 500 Milliarden Euro. Also es ist über 100 Milliarden Euro gestiegen in den letzten Jahren. Natürlich ist es das Bürgergeld. Denn es wird den Leuten sehr einfach gemacht, Bürgergeld zu beziehen. Und damit zieht man eben das Bürgergeld und arbeitet nebenbei. Es ist aber auch noch ein anderer Effekt. Die Steuerzahler, die Handwerker, die sehen das auch nicht mehr ein, so viel Bürokratie dann zu machen und Steuern zu zahlen. Die machen, die arbeiten auch mehr schwarz. Also sie sind nicht mehr bereit, dem Staat das Geld zu geben, weil der Staat das Geld ja dann für Sachen ausgibt, wo sie nicht mit einverstanden sind. Deswegen steigt die Schwarzarbeit. Also wir sehen eigentlich diese beiden Effekte, dass das einmal die Bürgergeldbezieher ist und auf der anderen Seite die Handwerker. Jetzt hat Bundesarbeitsminister Heil gesagt, er will sich eigentlich jetzt noch gar nicht mit festen Zahlen festlegen. Er wartet jetzt noch zwei Tage bis Donnerstag. Wir haben heute Dienstag. Dann kommt nämlich die Steuerschätzung. Wie kann man denn so eine Abwartehaltung von einem Bundesminister bewerten? Denn ein Minister soll ja eigentlich auch einen Kurs voran führen. Er soll führen. Wie kann man sowas einschätzen? Das ist eine Sache, die ganz normal ist in den Haushaltsberatungen. Also es gibt Titel, also Positionen im Haushaltsplan vom Sozialministerium, die, das nennt sich, offengestellt sind. Also da werden jetzt nur Schätzbeträge eingetragen und dann wird gewartet auf die Steuerschätzung und auf die Herbstprognose, die passiert. Die Herbstprognose wird veröffentlicht so kurz vor der Bereinigungssitzung und da kann man dann erst bestimmte Zahlen ermitteln, sodass erst dann bestimmte Zahlen feststehen. Das sind die, das ist die Höhe der Rentenzuschüsse. Das ist eben die Höhe des Bürgergeldes, weil man sich dann eben anguckt, wie prognostiziert man dann jetzt die Höhe der Arbeitslosigkeit im nächsten Jahr oder so. Also das sind Sachen, die wirklich dann erst feststehen. Das sind dann die Zahlen der Herbstprognose. Da hat dann aber im letzten Jahr Minister Heil dann eben Zahlen abgezogen, weil er gesagt hat, okay, es wird das und das prognostiziert. Aber wir haben den Job-Turbo und die Ukrainer werden in Arbeit kommen, deswegen kürzen wir diese Zahlen. Also so war der Ablauf. Und da werden wir sehen, was er in diesem Jahr macht, ob er das wieder genauso kürzt oder ob er eben die Zahlen annimmt. Aber wenn er richtig kalkuliert, kommt er mit seinem Haushalt nicht hin. Weil wir haben nur, er hat nur ein bestimmtes Budget. Viele Sachen sind eben fest, weil da Gesetze das vorgeben, wie hoch dort gezahlt werden muss. Und dann kommt er mit diesem Haushalt nicht hin. Also er wird es wieder runterbrechen. Er wird wieder schätzen. Und es ist auch wieder die Gefahr, dass er weiter bei den Zuschüssen zur Rentenversicherung kürzen wird. Weil das hat er ja jetzt auch schon geplant. 800 Millionen sollen die Zuschüsse eben im nächsten Jahr wieder gekürzt werden. Dann sind wir schon fast bei 10 Milliarden in dieser Legislaturperiode, die einfach die Zuschüsse gekürzt werden, nur um den Haushalt zu kollidieren. Das hat also keine, da ist keine Logik dahinter, da ist keine fachliche Komponente dahinter, sondern es wird nur gekürzt, weil das Geld sonst nicht zur Verfügung steht, weil es fürs Bürgergeld gebraucht wird. Genau, Thema Rente wäre jetzt mein nächstes Thema gewesen. Sie sind auch rentenpolitische Sprecherin der AfD-Fraktion. Und seitdem die Ampel im Amt ist, kürzt sie bei der Rente schon. Aber es ist eher so ein schleichendes Kratzen. Also dieser große Cut, der ist nicht da. Deswegen kriegen viele Bürger das auch gar nicht mit, was da eigentlich passiert. Können Sie das vielleicht nochmal etwas genauer darstellen? Was passiert da genau im Hintergrund unter dieser Bundesregierung mit der Rente? Ja, also es wird aus dem Haushalt von Minister Heil werden Zuschüsse zur Rentenversicherung gezahlt. Das steht eigentlich so im Sozialgesetzbuch, im SGB VI, wie hoch diese Zuschüsse sein müssen. Das gibt den normalen Zuschuss, dann gibt es den Zuschuss für die Ostbundesgebiete, dann gibt es den zusätzlichen Zuschuss. Also sehr viele Zuschüsse, wo aber die Berechnung feststeht. Ja, kann man eigentlich nichts machen. Es sei denn, man ändert das Gesetz und sagt, okay, der Zuschuss für das Jahr 2025 wird um 800 Millionen Euro gekürzt. Das wird wirklich in das Gesetz dann reingeschrieben. Das heißt, eigentlich haben wir eine Berechnung, wie das alles errechnet wird. Das hat dann zu tun mit dem Durchschnittseinkommen des letzten Jahres. Wenn man aber nicht genug Geld im Haushalt hat, dann ist es sehr, sehr einfach, dann bei diesen Zuschüssen zu kürzen, weil, wie Sie sagten, die Leute das ja erst mal nicht merken. Sie merken es nicht. Das wird irgendwann in einigen Jahren, wird dann die Nachhaltigkeitsrücklage, nennt sich das, der Rentenversicherung so abgeschmolzen sein, dass dann eben die Beiträge erhöht werden müssen. Dann merkt man das. Dann ist Minister Heil aber hoffentlich kein Minister mehr. Wahrscheinlich nicht mehr, hoffentlich. Das Rentensystem an sich ist ja auch sehr, ich sag mal, undurchsichtig und für den normalen Bürger wirklich gar nicht irgendwie durchschaubar. Die Probleme liegen auf der Hand, ganz klar. Aber kommen wir auch mal zur Lösung, weil es ist auch gerne eine Frage, die an AfDler gestellt wird. Was würden Sie denn anders machen? Wie könnte man das Rentensystem denn reformieren? Nein, da gibt es, da ist in den letzten Jahren sehr, sehr viel falsch gemacht worden. Und das ist natürlich sehr schwer, dann jetzt von jetzt auf gleich das alles zu reformieren. Deswegen müssen wir kurzfristig, mittelfristig und langfristig an der Rente arbeiten. Wir haben nicht beitragsgedeckte, versicherungsfremde Leistungen, die ausgeglichen werden müssen. Das sind über 30 Milliarden Euro im Jahr. Wenn das aus Steuermitteln ausgeglichen wäre, dann wird es der Rentenversicherung schon viel besser gehen. Mittelfristig müssen wir gucken, mehr Personengruppen in die Rentenversicherung reinzuholen. Das heißt, die Selbstständigen, die Politiker, damit die auch selbst betroffen sind beispielsweise. Wir können nicht mehr so viele Beamte haben, sondern nur die mit besonders hoheitlichen Aufgaben bleiben Beamte. Alle anderen sollten als Angestellte in die Rentenversicherung gehen. Und wenn wir ganz langfristig denken, müssen wir eben versuchen, für die Kinder, die jetzt geboren werden, Spardepots aufzubauen, damit die dann, wenn sie nachher in Rente gehen, keine Probleme mehr haben. Also, dass wir ganz langfristig die Rente stützen. Und da haben wir in der letzten Woche unseren Antrag eingebracht zum Junior-Spardepot, dass eben in den ersten 18 Lebensjahren 100 Euro pro Monat in Spardepots gezahlt werden, sodass dann eine sehr, sehr starke Säule dann zur Verfügung steht, wenn die dann irgendwann in Rente gehen. Aber vor alle anderen muss man dann natürlich auch gucken. Also mittelfristig und langfristig und kurzfristig müssen wir das dann natürlich auch stärken. Ein wichtiges Thema, die Rente. Zum Abschluss als letzte Frage möchte ich jetzt nochmal einen Ausblick wagen auf die Bereinigungssitzung. Sie sprachen sie schon an. Die ist dieses Jahr am 14. November. Und ich habe jetzt heute in den Medien gelesen, dass das tatsächlich als Tag gehandelt wird, an dem sich herausstellt, ob es doch nochmal Neuwahlen gibt oder nicht. Ich will sagen, wenn die Ampel keinen Haushalt auf die Reihe bekommt, dann wird es Neuwahlen geben. Was ist Ihr Ausblick? Ich habe ja schon vorhin gesagt, dass es unglaublich viele Komponenten gibt, die so nicht hinhauen können. Also wie die globale Mehreinnahme beispielsweise. Und die Regierung oder Minister Lindner hat ja auch versucht, bestimmte Sachen, also bestimmte komische Sachen dort zu kreieren in diesem Haushalt. Ob das jetzt bei der Bahn ist, dass sie eben keine Zuschüsse mehr bekommen, sondern Kredite. Oder ob das KfW-Geld ist, was Lindner abzapfen möchte. Also es sind sehr viele Sachen, die nicht ganz koscher sind, die man eigentlich, wenn man ein ehrlicher Minister ist, ein ehrlicher Finanzminister ist, nicht so durchhalten kann. Ich könnte mir vorstellen, dass wir Neuwahlen haben werden. Weil wir haben so große Lücken im Haushalt. Eigentlich kann es nicht klappen, dass diese Regierung diesen Haushalt durchbringt durch die Bereinigungssitzung und es wirklich wagt, dann auch noch eine zweite, dritte Lesung dann nachher im Plenum zu machen. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass das klappt. Und andere Sollbruchstelle wäre vielleicht dann noch das Rentenpaket 2, wo die FDP ja jetzt doch gemerkt hat, dass es wirklich tödlich sein wird für sie, wenn sie das Rentenpaket 2 mittragen. Also das könnte auch noch mal eine Bruchstelle sein. Aber wenn ich mir die Zahlen angucke, auch im Haushalt, kann ich mir wirklich beim besten Willen nicht vorstellen, wie man so einen Haushalt dann durchziehen möchte mit seiner Mehrheit. Ja, sehr interessant. Dann schauen wir mal gespannt auf den 14. November. Danke, dass Sie heute hier waren. Vielen Dank auch. Ich mach die Kreuze klar für die AfD, ja, das ist wunderbar. Wir schützen unser Land, das ist unser Ziel. Mit blauen Herzen geht's nach Brüssel mit viel Stil.